Das ist eine Frage, die viele stellen, ist, darf man im Ramadan Zahnpasta benutzen? Damit meint man natürlich tagsüber, wenn man fastet. Selbstverständlich, in der Nacht ist das selbstverständlich erlaubt, da gibt es gar keine Frage. Und ich möchte erstmal eine Sache von vornherein sagen. Bei den Sachen, die das Fasten brechen oder das Fasten nicht brechen, gibt es sehr, sehr viele Meinungsverschiedenheiten. Und die hängen damit zusammen, was man unter Fasten genau versteht. Es geht unter anderem auf den Vers, Suche 2, Vers 107, 80 müsste das sein. Auf jeden Fall 108 bis 190, wo Allah sagt, in der Nacht des Fastens ist euch erlaubt worden, mit euren Frauen Verkehr zu haben. Sie sind euch eingewandt und ihr seid ihnen eingewandt. Und dann geht es nachher weiter. Also da wird erstmal die erste Sache erwähnt, die ganz klar, ohne Wenn und Aber, das Fasten bricht, nämlich Geschlechtsverkehr mit der Frau. Und dann wird gesagt, später in dem Vers, weil der Vers etwas länger. Es trinkt, bis für euch klar unterscheidt, bei der schwarze vom weißen Faden wird. Das heißt, bis zum Morgengrauen. Das ist im Gebetsplan die erste Zeit, die man im Gebetsplan sieht. An dieser Zeit muss man aufhören zu essen und zu trinken. Das heißt, Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr ist das, was ohne Wenn und Aber, ohne Zweifel das Fasten zunichte macht, wenn man das absichtlich ohne Zwang macht und ohne Vergesslichkeit macht. Jetzt, wie ist das mit Zahnpasta? Jetzt haben einige darunter verstanden, es geht nicht nur um Essen und Trinken, sondern es geht um das, was man in den Körper hineinführt, in das Innere des Körpers. Und das wird dann El Jove genannt. Dann gibt es wieder unterschiedliche Meinungen, was ist der Jove, wo fängt der Jove an? Die Hambaliten sagen zum Beispiel, ab dem Hals. Und dann gibt es ein Hadith vom Propheten, wo er sagt, übertreiben ist den Schak, das ist das Wasser in die Nase zieht. Das ist Pflicht. Im Hambaliten ist das Pflicht, egal ob Ramadan oder nicht Ramadan, es gehört zum Gesicht dazu, dass man Med Meda und ist den Schak macht. Med Meda im Mund das Wasser nimmt und durch die Nase das Wasser zieht. Aber übertreibt darin, außer wenn ihr fastet. Was heißt das? Das heißt, der Prophet sagt damit, es geht nicht nur ums Essen, weil keiner würde sagen, durch die Nase etwas zu ziehen, ist Essen. Weil die Nase ist nicht der normale Ort, wo man das Essen durchzieht. Es geht darum, etwas in den Körper hineinzuziehen. Und wäre das kein Problem, etwas auf die Nase in den Körper hineinzuziehen, dann hätte der Prophet nicht gesagt, mach das aus, hör mal Ramadan. Das wollte ich erst mal als Grundregel nennen, deswegen gibt es viele Meinungsverschiedenheiten. Und man kann sagen, im Allgemeinen ist das, was auf diese drei Dinge zurückgeht, Essen, Trinken, Gestellungsverkehr, was davon abgeleitet werden kann. Sei es von der Tat oder der Wirkung etwas, was das Fasten bricht. Jetzt, wie ist es mit Zahnpasta? Es gibt einige Sachen, was bricht das Fasten? Wehen dem Geschmack? Und Geschmack ähnelt dem Essen und so weiter. Wir sagen nein. Erstmal würde man nicht sagen. Und wie gesagt, ich akzeptiere, dass für einer diese Meinung hat, ich putze uns die Zähne nicht mit Zahnpasta während ich faste. Nur mal so nebenbei. Ich mache das kurz, bevor ich mit dem Fasten aufhöre. Aber zu sagen, das bricht das Fasten, ist eine andere Sache. Was ich selber für mich praktiziere, ist die eine Sache. Und wo ich sagen kann, das bricht das Fasten, ist eine andere Sache. Der Prophet, a.s.a.w. hat während dem Fasten Siwak benutzt. Siwak, das heißt ein Stück Holz, das auch einen bestimmten Geschmack hat. Und Wasser, wenn man Medmeda macht, hat auch einen Geschmack. Wasser hat einen Geschmack. Deswegen gibt es verschiedene Wassersorten. Der eine mag zum Beispiel Seltas lieber, der andere mag Gerholzsteiner Wasser lieber. Hat einen unterschiedlichen Geschmack, je nachdem. Das heißt, Wasser hat auch einen Geschmack. Deswegen sagen manche, mein Liegengetränk ist Wasser. Wasser hat einen Geschmack. Und der Siwak hat einen Geschmack. Das heißt, es kommt nicht auf den Geschmack im Mund an. Das kommt darauf an, dass man etwas runterschluckt. Der Mund ist nicht der Ort. Das heißt, wenn man absichtlich Zahnpasta runterschluckt, dann bricht das Fasten. Aber wenn man nur die Zähne einfach putzt, bricht das Fasten nicht. Das ist die Meinung, die wir am stärksten finden. Und das ist die Meinung, die die Zähne einfachen. Das ist die Meinung, die Zähne einfachen. Und die Titel- LINKEN und die Zähne einfachen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist die Meinung, die Zähnele einfachen. Sonst protestieren wir uns nicht Quindi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.